servus und herzlich willkommen zu einer weiteren matago video zum t 34 multiview wir schauen uns hier ein paar grundlagen an das heißt welche befehle gibt es wo finde ich etwas was kann nicht einstellen und ich möchte euch auch ein paar kleine tipps und tricks noch mitgeben was sie halt mit eurem taschenrechner aufführen könnt so wenn wir uns das ganze hier mal anschauen wir haben im grunde nicht allzu viel zur verfügung beim multiview ihr habt hier auf jeden fall einmal beim mode die möglichkeit euren taschenrechner von norm auf sc umzustellen was das bringt zeige ich euch gleich nämlich wie folgt wenn es jetzt zum beispiel die zahl 6789 habt und jetzt einfach enter drückt dann spuckt euch der taschenrechner das ganze in gleitkomma darstellung aus das heißt aufgrund dessen dass sie in diesem sc modus seid könnt ihr entsprechend eure zahlen in einer gleitkomma darstellung darstellen wer es natürlich braucht dem sei eben geraten ihr habt hier die möglichkeit das direkt umzustellen das heißt solange euer taschenrechner im modus sc ist also scientific wissenschaftlich dann habt ihr hier die möglichkeit dass der taschenrechner das immer in gleitkomma darstellung ausgibt brauchen wir jetzt hier in weiterer folge natürlich nicht deshalb stellen wir das hier wieder um achtet auch drauf ihr habt hier beim mode noch degree also grad maß sozusagen das sollte sie ja mal im bogenmaß arbeiten müssen dann müsste sie das hier umstellen auf radiant dann hätte sie ein bogenmaß dabei ihr habt hier in weiterer folge vielleicht auch noch hier der hinweis mit delete löscht sie immer einzelne zahlen mit insert wiederum habt ihr die möglichkeit direkt in eine eingabe etwas noch zusätzlich einzufügen ohne dass es überschrieben wird sagen wir wir wollen hier die zahl 2,1789 eingeben und haben jetzt hier die sieben vergessen und haben jetzt hier 1890 stehen ist natürlich ein jammer um das jetzt korrigieren zu können wenn ich jetzt hierher geht zum achter und jetzt die sieben drücken würde dann würde sie den achter überschreiben dann müsste ich nachher den achter wieder eingeben und neun eingeben man macht jetzt hier noch nicht so viel kaputt sage jetzt mal weil nicht allzu groß die eingabe ist aber wenn sie jetzt natürlich eine lange wurst eingegeben habt und ihr habt irgendwo eine zahl vergessen dann ist das natürlich schon sehr ärgerlich und entsprechend habt ihr jetzt hier die möglichkeit mit second delete da steht dann insert eben jetzt habt ihr auch gesehen dass die markierung sich ändert und da unten so ein strich ist wenn ich jetzt nämlich die sieben eingebe dann fügt er sie hinzu das heißt er quetscht die sieben sozusagen zwischen die eins und die acht und dann habt ihr die möglichkeit es nicht zu überschreiben sondern etwas wirklich einzufügen und ihr seht es bringt weiterhin so das heißt sobald ich jetzt aber mit dem pfeil irgendwo woanders hingehe ist diese art des blinken sozusagen wieder vorbei und jetzt würde wieder überschrieben werden zum beispiel also das vielleicht nur als hinweis ihr habt hier auf jeden fall die möglichkeit etwas einzufügen in weiterer folge ich klärt einmal hier den bildschirm haben wir hier mehrere varianten von brüchen das heißt ein unechter bruch mit ganzen zahlen und dann halt entsprechend noch einen bruch selbst sozusagen oder ihr könnt ihr direkt nur einen bruch verwenden zum beispiel auch das ist auch recht angenehm weil dann braucht man nicht zwingend so viel klammern setzen bei der eingabe und dann spart ihr euch auch ein bisschen etwas besonderes hilfreich kann auch diese taste f zu design sozusagen wir haben nämlich hier die möglichkeit dadurch dezimalzahlen in bruch umzuformen das heißt wenn wir jetzt hier zum beispiel 0,12 haben und wir wollen das jetzt in einen bruch umwandeln dann können wir hier auf second und diese taste hier gehen drücken enter und erhalten dann entsprechend einmal einen bruch wenn hier jetzt ein pfeil nach unten zeigt dann heißt es dass mit den noch kürzen kann dafür gibt es eine eigene taste nämlich diese simp taste so vereinfachung sozusagen wir drücken die jetzt einmal machen enter und dann steht hier dass hier einfach um den faktor 2 sozusagen vereinfacht wurde also entsprechend haben jetzt hier nur noch 6 25 und wenn wir jetzt hier noch einmal nachdem der pfeil noch immer nach unten zeigt dürfen wir noch einmal vereinfachen das heißt wir gehen noch einmal auf simple und sehen jetzt hier dass es noch einmal um den faktor 2 sozusagen gekürzt wurde und jetzt steht hier nur noch 3 25 da wir haben kein pfeil mehr das heißt das ist die einfachste form mehr kann man hier in dem fall nicht mehr kürzen also auch durchaus hilfreich sage jetzt einmal gerade wenn es darum geht wenn man jetzt eben mit brüchen arbeitet und der brüche jetzt vereinfachen möchte dann habt ihr hier auf jeden fall die möglichkeit euch da mit diesen tasten ein bisschen auszutoben was haben wir sonst noch zur verfügung wir haben hier eine prozent taste die kann auch recht hübsch sein nämlich dann wenn ich etwas sozusagen in prozent angebe also sagen wir wir haben hier jetzt 24 prozent dann drücke ich hier die prozent taste enter und dann sagt mir der taschenrechner dass das in dezimalzahl 0,24 ist umgekehrt wenn ich jetzt hier 0,123 hat meinetwegen und ich hätte das gerne in prozent umgewandelt dann kann ich hier mit second der prozent taste sozusagen auf enter gehen und dann halte ich eben den wert im prozent das wären dann hier zum beispiel 12,3 prozent also auch das recht angenehm ihr habt hier in weiterer folge noch zwei drei tasten die noch hilfreich sein können nämlich einerseits hier die meth taste da ist ein bisserl was gegeben zum beispiel lcm ist der lowest common multiplier also kleinstes gemeinsames vielfaches gcd ist dann umgekehrt natürlich der größte gemeinsame teiler also greatest common division dann habt ihr hier noch dritte wurzel gegeben hoch drei gegeben das war es dann auch schon wieder also allzu viel haben wir natürlich hier nicht für möglichkeiten ich zeige euch vielleicht einmal kurz los kann man multiply also das kleinste gemeinsame vielfache sagen wir haben jetzt hier diesen befehl eben ausgewählt und ich hätte gerne jetzt davon 14 und dann müsste hier einen beistrich machen also mit second und punkt und sagen wir haben jetzt noch hier was nehmen wir noch als zahl die 18 von mir aus und wir wollen jetzt das kleinste gemeinsame vielfache von den beiden wissen dann wäre das hier in dem fall 126 genauso wird es mit dem größten gemeinsamen teiler natürlich genauso funktionieren wir haben dann noch in weiterer folge hier bei prb habt ihr noch drei befehle also einmal die variation einmal die kombination also den binomial koeffizienten und einmal halt einfach nur die fakultät an sich also die sind dann hier versteckt dann haben wir hier noch den tasten data die ist für die statistik verantwortlich da gibt es aber ein eigenes video dafür kann ich euch auch sehr empfehlen wenn sie mit der statistik was zu tun habt hier habt ihr natürlich die zahl pi vielleicht auch hier ein bisschen versteckt mit trick wenn sie hier auf second pi geht sozusagen habt ihr die ganzen winkel funktionen den sinus den kosinus den tangens und dann auch natürlich akkus sinus akkus kosinus und akkus tangens also die sind hier versteckt und ansonsten gibt es hier noch zwei spannende tasten nennen sich ob 1 und ob 2 das sind zwei operationen die man abspeichern kann auch interessant gibt es ein eigenes video dazu könnt ihr könnt euch auf jeden fall auch anschauen falls ihr das in der form irgendwie durchführen wollt ihr habt dann hier noch die hochzahl sozusagen also wenn sie eine bestimmte hochzahl eingeben wollt und darüber mit secken dann entsprechend die so und so viel die wurzel ich denke das ist aber auch selbst erklärend vielleicht noch kurz wie man eine zahl abspeichert das heißt sagen wir wollen jetzt die zahl 25 für x abspeichern dann geht sie hier aufs do und dann wählt sie einfach den buchstaben aus den sie haben wollt den ihr abspeichern wollt wenn es jetzt einmal drauf drückt ist es x wenn sie noch einmal drauf drückt y und so weiter z t a b c also stehen euch ein paar buchstaben zur verfügung wir speichern das jetzt einmal als x das heißt ihr müsst hier noch mit enter das ganze bestätigen dann ist die eingabe so abgegeben dass x jetzt 25 ist und jetzt kann man eben hergehen und sagen wir rechnen jetzt sechs mal x also sechs mal 25 das sollte 150 rauskommen und siehe da es kommt tatsächlich 150 raus weil wir eben für x den wert 25 abgespeichert haben ja das war es jetzt auch schon zu den eingaben und zu den ganzen grundlagen die sie hier beim t 34 habt ich hoffe das video war aufschlussreich für euch bin mir sicher wir sehen uns in einem der anderen videos wieder